Jane Seymour enthüllte, dass sie es lieben würde, zu angeln Die Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaftdarstellerin angelt gerne Süßwasserfische und gab jedoch zu, dass ihre Begeisterung für den Zeitvertreib dabei größer als ihre Angelfähigkeiten sei. In einem Gespräch mit der 25 Things You Don't Know About Mehr Reihe für die neue Ausgabe des US Weekly Magazins erklärte, Jane, ich bin begeisterte Anglerin, aber keine sehr gute. Die 70-jährige Schauspielerin angelt die Fische nicht nur, sondern beobachtet sie auch gerne in ihrem natürlichen Lebensraum, wenn sie tauchen geht. Ich liebe es, zu tauchen und durch Korallenriffe zu schnorcheln. Als ich aufwuchs, hasste ich Garnelen, aber ich liebte es, sie zu fangen. Jetzt zählen sie zu meinen Favoriten. Jane verriet zudem, Dass sie eine engagierte Malerin ist und lange mit dem Designen ihrer eigenen Kleidung experimentiert hat. Die Prominente erzählte, Kunst war schon immer eine Leidenschaft. Ich liebe es zu malen, die Bildhauerei und das Designen von Klamotten. Ich habe meine eigenen Kleider entworfen und Vintage getragen, lange bevor das cool war. Ich habe meine eigenen Kleider entworfen, seit 15 Jahren gehalte Kanan bien beeifrli 손achrohen, W worthществ und alle